Es brennt. Lichterloh in der Lüneburger Heide. Immer wieder an verschiedenen Orten. Der Täter. Ein grausamer Feuerteufel, der in jedem Feuer Menschen verbrennen lässt. Brandaktuell. Der vierte Fall für Katharina von Hagemann und Benjamin Reder. Im Ende wohnt stets ein Anfang. Heideglut. Der vierte Lüneburg-Krimi von Katrin Hanke und Claudia Kröger. Erschienen im Meiner Verlag.